Vielen Dank. So, das ist unser Statement bis jetzt. Dankeschön. Dann würde ich doch gleich mal einen tosen Applaus bitten, denn nur dann kommen unsere Damen in einheitlicher Bademode auf die Bühne. Das haben wir alles schon laut, Alex. Hey, Klatsche, gib mal Gas hier! Also Mädels, auf zum zweiten Wettungsdurchgang zu reisen. So, während es sechs Jugendteilnehmerinnen hier fährt, dann möchte ich natürlich auch die Chance nutzen, euch zu sagen, was ihr heute eigentlich gewinnen könnt. Und zwar qualifiziert sich die Erstplatzierte zur Wahl zum Miss Bayern Nord. Von dort aus geht die Siegerin dann auch zur Miss Bayern Wahl. Und so hat sie die Chance auf die Teilnahme zu müssen. Ich habe die Wahl 2007. Zudem bekommen alle Teilnehmerinnen und Revenue und Haarprodukte. Die Drittplatzierte bekommt eine Jahreskarte und Active. Die zweitplatzierte bekommt auch eine Jahreskarte für die Differenzierung B92 und das ist die Admo. Ebenkreis über zwei Monate Karte des Fitness im Fitnessstudio Active. Stahlhoch 1, die sie wohnen, ist 20 Jahre alt. Azubi für Sport- und Fitnesskonform. Das können natürlich ihre Freizeit auf Sport, Fitness, Reiten, Kochen, Reisen und Autos. Einen Applaus für uns ist Stahl Nr. 1, die Simone. Und ich bitte zu mir, Stahl Nr. 2. Stahl Nr. 2 ist die Katrin, die ist 18 Jahre alt. Azubi zur Büro-Kauf-Frau und auch sie tanzt in ihrer Freizeit sehr gerne Sport. Sie geht shoppen, tanzt und sie hört einfach mal ein Sieg. Und auch die Katrin mit der Stahl Nr. 2 hat einen lieben Applaus verdient. Und ich bitte sehr gern ein Sieg. Ich bin der Nudel. Und auf den Stabenhof, meine Melissa, hat einen Applaus verdient. Sie müssen mich noch auf den Stabenhof 4. Die Stabenhof ist Nathalie, die 22 Jahre alt, Kinderträgerin von Beruf. Von der Freizeit-Tanzlegent gibt sie eine Schwimm- und auch allgemein der Sport für Musik im Kopf. Die Stabenhof ist Nathalie, die hat einen Schaub und die Stabenhof. Die Stabenhof ist nicht aus- und für die Hand, sondern von den Stabenhof. Hier, das heißt, praktisch Wolkenstaufen, schwimmend im Rennrad und Fitness. Stahlung 5 hier am Monat. Stahlung 6. Stahlung 6 ist General, sie ist 14 Jahre alt, gegen unsere Schuhe, in ihrer Freizeit interessiert sie sich für Kunst und ihre kleine Tanzen. Stahlung 6. Stahlung 6 ist General, sie hat einen Applaus verdient. So, jetzt müssen wir doch noch mal einen Riesenapplaus für alle unsere Teilnehmerinnen hören, denn dann holen wir sie auch Dienstag noch einmal auf die Bühne. So, damit auch nette Familie, Freunde haben sie angeboten. Angehörige aller Art noch die Chance haben, schöne Fotos zu machen, bitte ich euch mal bitte zu dem Pressefoto. Währenddessen möchte ich gerne noch mal daran erinnern, ihr habt alle am Eingang Stimmkarten bekommen. Solltet ihr das noch nicht bekommen haben, die Stimmkarten besorgt ihr euch noch, tragt die Stimmkarten eurer Favoritin ein, ihr könnt somit auch gleich noch an einer Verlosung teilnehmen, die wir kurz vor der Sieger-Euro machen, gebt sie spätestens 10 Minuten nach dem zweiten Leistungsdurchgang beim DJ ab und macht dann genau so eine Stimme Eure Nusskörperpfalz 2016. So, das war ja alles nur für die Seite.